Hey Leute, es kommt gleich eine richtige Einleitung. Ich wollte nur ganz kurz eine Sache im Vor... vorher kurz loswerden. Und zwar, das Spiel an sich ist auf Englisch, das Let's Play ist aber auf Deutsch. Ich werde die ersten paar Parts immer so nur vorlesen auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wann genau sich das ändert, aber irgendwann, noch in den ersten Parts, habe ich mich dann dazu entschlossen, doch letztendlich zu übersetzen. Also, falls ihr es nicht versteht, versteht ihr vielleicht dann was. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und damit, hey, hey, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist, wie man ganz unschwer erkennen kann, Undertale für den PC. Im letzten Part wollte ich gerade sagen, aber es gab noch keinen letzten Part. Irgendwie passiert mir das in letzter Zeit ständig bei neuen Projekten. Undertale ist ein... Ich werde jetzt erstmal in Zukunft alles hier vorlesen, auf jeden Fall. Ich werde jetzt allerdings auf Englisch vorlesen und nicht immer übersetzen. Da habe ich zu viel Angst, dass ich dann doch einen Fehler mache. Außerdem habe ich mir angewöhnt, Englisch nicht zu lesen und dabei auf Deutsch zu übersetzen, sondern Englisch einfach zu verstehen, wie ich auch Deutsch verstehe. Und da bin ich sehr froh drüber. So, ich habe einmal kurz angefangen, um das nur zu testen. Und würde sagen, wir resetten das jetzt und fangen jetzt einfach direkt neu an. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich jetzt... Ich habe jetzt geladen, oder? Nee, ich habe neu angefangen. Okay. Ja, wie man in der Introsequenz gesehen hat, wir sind in so ein Loch gestürzt und sind jetzt hier. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? 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 Ich hab the flower. Flowey. Flowey, the flower. Hehehehe. Why'd you make me introduce myself? Es rude to act like you don't know who I am. Someone ought to teach you proper manners. I guess little old me will have to do. Ready? Here we go! See that heart? That's your soul. The very culmination of your being. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of level. What's LV stand for? Why love, of course! You want some love, don't you? Don't worry, I'll share some with you. Down here, love is shared through. Little white friendliness pellets. Are you ready? Move around, get as many as you can. You idiot! In this world, it's kill or be killed. Why would anyone pass an opportunity like this? Die. What a terrible creature, a torturer in such a poor, innocent youth. Don't be afraid, my child. I am Tori, your caretaker of the ruins. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. You're the first human to come here in a long time. Come, I'll guide you through the caretaker. This way. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt noch versuchen, das zu übersetzen, oder? Solange ich es kann. Wenn nicht, dann lese ich es vor. Doch, ich werde es versuchen, es zu übersetzen für euch. Ist vielleicht auch angenehmer. What was ist denn das? Der Schatten der Ruinen looms above. Filling you with determination. Das ist das Problem. Irgendwie, wenn ich es Englisch lese, verstehe ich es. Aber ich kann es nicht übersetzen. Willkommen in deinem neuen Zuhause, unschuldiges kleines Wesen. Erlaubt mir, euch weiterzubilden in the operation of the ruins. Sorry, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Educator einfach falsch verstanden. Die Ruinen sind voll mit Rätseln. Alterwürdige Kombinationen zwischen Diversionen. Keine Ahnung, was da sind. Und Schlüssel. Türschlüssel. Man muss sie bezwingen, lösen, um von einem Raum zum anderen zu laufen. Also bitte, schaut sie euch an. Nur die ohne Angst dürfen weitergehen. Mutige, idiotische, Beide laufen nicht den mittleren Weg. Oh, keine Ahnung. Also beide sollen nicht den mittleren Weg laufen. Um hier Fortschritt zu machen, wirst du mehrere Schalter benötigen. Also drücken müssen. Doch mach dir keine Sorge. Ich habe sie so platziert. Ach ne, ich habe die, die du umlegen musst, markiert. Drücke Z. Um die Schilder zu lesen. Ja, bei mir ist es A auf dem Controller. Ich spiele mit dem Controller. Bleib auf dem Weg. Okay. Ich bleibe lieber auf dem Weg. Hallo. Plump. Wunderbar. Ich bin stolz auf dich, Kleiner. Lass uns weiter in den nächsten Raum gehen. Haha. Okay. Sorry. Da du ein Mensch... Ja, als Mensch, der im Untergrund lebt, ist es durchaus möglich, dass sich Monster angreifen. Du wirst vorbereitet sein müssen für diese Situation. Wie auch immer. Mach dir keine Sorgen. Der Prozess ist ziemlich einfach. Wenn du einen Gegner... Äh... Encounterst. Ja, was heißt Encountern hier? Begegnen sozusagen, ne? Dann wirst du einen Kampf beginnen. Während du in einem Kampf bist, greife... ... eine freundliche Konversation auf. Warte. Ich werde kommen, um deinen Konflikt zu lösen. Übe... ... an diesem Ding da. Auf diesem geilen Trainingsmusterchen. Du kennst den Dummy. Ich könnte jetzt fight, aber die hat ja gesagt, ich soll nicht kämpfen. Also... Äh... 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 Ich rede mit ihm. Du redest mit dem Dummy. Hm... Es interessiert sich nicht sehr dafür, mit dir zu reden. Toriel scheint glücklich zu sein. Du hast gewonnen! Ah... Sehr gut. Du bist sehr gut. Es gibt ein weiteres Rätsel in diesem Raum. Ich frage mich, ob du es lösen kannst. So, dazu sage ich gleich was. Erstmal ganz kurz. Noch... Äh... Das Spiel hat drei verschiedene Enden. Man kann es auf drei verschiedene Arten durchspielen. Man hat jetzt gerade an dem Dummy gesehen, dass man Gegner auch besiegen kann, ohne sie zu töten. Und es gibt nun drei mögliche Enden. Das eine, ich sag mal normale Ende, wenn man hin und wieder halt mit ihnen redet, manche tötet und so weiter und einfach durchspielt. Ein Ende, wenn man keinen einzigen Gegner tötet, sondern nur sie, ja, untödlich besiegt. Und ein Ende, wenn man jeden einzelnen Gegner tötet. Das bedeutet, man muss teilweise durch die ganzen Dungeons und Maps rennen, so lange bis keine random Battles mehr kommen, wo Gegner halt sind. Ich werde versuchen, jetzt den Run zu machen, wo ich keinen töten muss. Wenn ich allerdings irgendwann nicht mehr weiter weiß, werde ich entweder meinen Bruder fragen, der das Spiel ziemlich in- und auswendig kennt, oder dann einfach drauf scheißen. So, folgen wir mal Toriel. Hier ist der Weg jetzt so auf eine bestimmte Art und Weise gekennzeichnet. Übrigens kenne ich nur noch den Raum, danach ist blind. Ähm, und jetzt kommen... Jeden Moment... Oh, ein Kampf! Froggy detects you! Und ein... Kompliment! Froggy scheint das nicht zu verstehen, aber war trotzdem, äh... Ja, begeistert so. Der westliche Raum ist der Fuß... Oh Gott, wie nennt man das? Fingerabdruck vom östlichen. Ja, dafür ist jetzt dieser Weg wichtig, den wir gesehen haben. Denn nur der ist hier möglich. Aber... Und hier hatte ich schon meinen ersten kleinen Lachflash. Das ist das Rätsel, aber... Hier... Nimm meine Hand für einen Moment. Rätsel... Äh, scheint für dich noch ein bisschen zu gefährlich zu sein. Naja, und den Raum kenne ich noch, genau. Du hast dich sehr gut geschlagen, mein Kind. Wie auch immer, ich habe eine schwere Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du bis zum Ende dieses Raumes läufst. Ganz allein. Tut mir leid. Äh... Äh... Oh nein, ein Raum! Ich muss ganz ehrlich gestehen, weil der Raum ein bisschen länger ist, dachte ich hier, dass hier jetzt so Musik kommt und dann die Credits starten. Aber das war nicht der Fall. Und außerdem, das Spiel ist produziert von einem einzigen Typen, also... Was willst du da groß für Credits reinhauen? Mal ohne Mist. Ja, Toby Fox müsste das sein. Hä? Ah, Hallöchen, mein Kleiner. Keine Sorge. Ich habe dich nicht verlassen. Ich habe mich einfach nur hinter dieser Säule versteckt. Die ganze Zeit. Danke, dass du mir vertraut hast. Wie auch immer, es gab einen bestimmten, wichtigen Grund für diese Übung. Um deine Abhängigkeit zu testen. Äh... Ich muss... Ich habe was zu erledigen und du musst eine Weile allein bleiben. Also bitte bleib genau hier. Es ist gefährlich, den Dungeon für dich selbst so allein zu erkunden. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir mein Handy. Wenn du irgendwas hast, dann ruf mich einfach an. Sei gut. Also... Sei brav, okay? Flirt. Ruft an. Äh... Oh, äh... Hahaha. Äh... Wie süß. Äh... Could be a check. Keine Ahnung, was das heißt. Du... Kannst... Allerdings... Jemanden besseren finden, als eine alte Frau wie mich. Glück. Oh, äh... Okay, tschüss. Rang. Hier ist Tariel. Du hast den Raum nicht verlassen, richtig? Es gibt ein paar Rätsel, die kommen, die ich dir noch erklären muss. Es wäre gefährlich, wenn du das selbst versuchen würdest. Also sei brav, okay? Naja... 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 So, ich habe keine Items. Ich habe jetzt leider den Namen A. Wollte ich nicht. Habe ich falsch gemacht. Aber ist egal. So, hier können wir wieder speichern und werden komplett geheilt. Ich werde den Part hier auch noch nicht beenden. Wie lang war das jetzt? 10 Minuten 32. Nee. Wir können noch mit dem hier reden. B-b-b-b-b-b. Es tut mir leid, Herr. Ich habe, äh... Einen Hinweis für dich zum Kämpfen. Wenn du Act auf eine bestimmte Art und Weise machst, oder kämpfst, bis du sie bereits besiegt hast, äh, fast besiegt hast, kann es sein, dass sie nicht mehr gegen dich kämpfen wollen. Und wenn dein Gegner dich nicht mehr bekämpfen will, bitte... äh, dich nicht mehr bekämpfen will und bitte sage, also lass ihn gehen. Gnade! Und hier haben wir direkt einen Kampf. Frogget hopped. Close. So, wir können ihn jetzt erstmal checken, um zu wissen, was er will. Vier Angriffe und Verteidigung. Und das Leben ist schwer für diesen Gegner. Hopp, hopp. So, wir können ja dem Schaden möglichst ausweichen. Better feel this filled with the smell of my master's heat. Okay, Kompliment. Er scheint dich nicht zu verstehen, aber war trotzdem gerührt. Blush is the... Ribbit. Oh, wir sind jetzt gelb. Wahrscheinlich habe ich ihn fast. Dann nochmal ein Kompliment. Er hat dich nicht verstanden, aber war trotzdem gerührt. Hm. Ich muss gestehen, ich... Ja. Hm. Schon wieder gelb. Merci. Geht das jetzt... Ah, okay. Ich muss warten, bis er da gelb ist, und dann muss ich ihn sparen. Ich verstehe. Ich verstehe das Spiel, Leute! So. Ah! RING! Hier ist Tauriel. Hm. Ich glaube, ich für keinen bestimmten Grund... äh... ach ne. Ist jetzt egal, warum, aber... was bevorzugst du? Zimt oder... Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ziemlich gut. Okay, danke, danke. Hallo, hier ist Tauriel. Du... äh... magst... Butter Scotch nicht nicht, oder? Also... Ich meine, was du bevorzugst. Ich weiß, was du bevorzugst, aber... äh... würdest du angekotzt sein? Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, was Butter Scotch ist. Das kotzt mich jetzt gerade an, was... weil ich nicht weiß, was das ist. Okay, okay, ich verstehe schon. Butters... Nein, nicht Uters. Butters... Gotch. Butter Toffee. Karamell! Mist, dann hätte ich das natürlich gewohnt. Okay, danke dafür, dass du geduldig bist. Hm. Drei von vier grauen Steinen. Ähm... Ähm... Ja, empfehlen sich gedrückt zu werden. Bumm. Ein Kampf. Oh nein, nicht kämpfen, oh Gott. Kompliment! Okay. Nein. Und er ist schon gelb, also kann ich ihn wieder sparen. Sehr gut. Das ist eigentlich ziemlich cool, hm? Also drei soll ich drücken und dann wahrscheinlich eins nicht, wa? Äh... Ah, und das ist schon der richtige Weg zu sein oder so. Priestion ist der... Achso. Bitte tritt nicht auf die Blätter. Achso. Ah, ja, ja, ja. Das ist im übertragenen Sinne gemeint. Also runter, dann ein paar mal rechts, dann noch ein paar mal links und so weiter. Ich verstehe schon. Oh nein, oh Gott! Ah, ah... Ich hab ja auch einen Fehler gemacht. Ich wurde leider einmal getroffen. Aber ich glaube, das bisschen HP-Abzug sollte nicht viel ausmachen. So, also wir gehen hier ganz runter. Gehen hier ganz so. Oh nein. Noch so einer. Hier kommen grad scheinbar nur die gleichen Gegner immer wieder. Ribbit, das sollte... Ach ne, hier kommt wieder... Ne, doch der Frosch. Ha. Und Spear. Ach, scheiße. So war's gut. Puh. Hier sind drei, hä? Ach, warte. Schwitterkampf. Ach du heilige Scheiße. Zwei. Ähm. Oh nein, wird das... Wären jetzt hier sogar die Attacken in einem kombiniert. Ah! Gut, ich spare lieber den ersten schon mal. Sonst wird mir das hier zu viel Arbeit. Hier, auch ein Kompliment für dich Kleidermann. Keine Sorge. Okay. Wir müssen nicht kämpfen, okay? Wir können das friedlich regeln. Ha. Diesmal hab ich sogar vier Gold bekommen, Leute. Oh, they poor, ne who so. Hey, wie hat gesagt, dass du mich einfach so rumdrücken kannst. Also, fragst du mich vielleicht vorher? Okay. Nur für dich. Kürbis. Du willst, dass ich mich noch mehr bewege? Okay, wie ist es damit? Okay, den muss ich bestimmt bewegen. Oh, das war die falsche Richtung? Okay, ich glaub ich hab's verstanden. Du wolltest, dass ich da bleibe? Oh, du machst mich echt fertig. Oh, hier ist Käse und da ist ein Mauseloch. Dieser Käse war hier eine ganze Langeweile. Es steckt auf dem Tisch fest. Wahrscheinlich klebt's dran. Also, der hat mir jetzt gerade nur gesagt, es macht mich... Ja, es gibt mir... Was heißt Determination? Ich find das Wort nicht. Also, ich weiß, was es bedeutet im Zusammenhang. Ich glaub ich sollte doch lieber in den folgenden Parts... Äh, dabei bleiben. Ja, das einfach englisch vorzulesen. Weil so fehlt mir dann immer so ne wichtige Vokabel. Determination heißt wahrscheinlich so viel wie... Zielstrebigkeit oder so. Das heißt, Entschlossenheit. Gut, ich hab schnell nachgeguckt. Liebe Leute, das war's jetzt erstmal für den ersten Part. Ich wette, ich hätte da bei dem... Frogget ganz am Anfang erstmal oben lang gehen sollen. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.